Seat hat sich in den letzten zwei, drei Jahren enorm entwickelt. Die Qualität stimmt nun und auch die Modellpalette ist extrem aktuell. Neuestes Mitglied ist der Seat Leon und dieser entwickelt sich zum Topseller. Seat hat es offensichtlich geschafft, mit einem ansprechenden Design, Wertigkeit und einem guten Angebot die Kunden für sich zu begeistern. Sicher ist auch der Fakt, dass sich Seat aus dem erprobten und bewährten Volkswagen-Konzernbaukasten bedienen kann. Ein Aspekt, der den deutschen Automobilkunden viel Vertrauen vermittelt. Ein weiterer Aspekt ist aber sicher auch die sportliche Ausrichtung der Produkte und damit auch des Erfolgsmodells Seat Leon, welches sowohl als Limousine mit drei und fünf Türen wie auch als Kombiversion namens ST verfügbar ist. Da der Cupra in zwei verschiedenen Leistungsstufen angeboten wird, als 265 und 280, ergeben sich daraus sechs verschiedene Cupra-Varianten der Seat Leon Familie. Der Name Cupra steht für Cup Race, doch die sportlichen Seat Leon machen nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch auf der Straße eine gute Figur. Mit wahlweise 265 oder 280 PS ist er das leistungsstärkste Serienautomobil der Spanier aus dem Volkswagen-Konzern. Wir fuhren beide Modelle, den Dreitürer wie auch den geringfügig schwereren ST und waren sofort begeistert. Beim neuen Cupra werden bis zu 280 PS auf die Vorderachse geschickt. Dies war in der Vergangenheit oftmals problematisch, da viele Fahrzeuge mit Kraftübertragung und gleichzeitigen Richtungswechseln durch die Lenkung völlig überfordert waren. Dieser Leon ist aber nicht nur geradeaus schnell, sondern auch in den hoffentlich zahlreichen Kurven. Das liegt nicht zuletzt am verstellbaren Fahrwerk mit Dynamic Chassis Control und an einer verbauten Vorderachsquersperre. Mit der Motor-Fahrwerkskombination sind die Seat-Ingenieure laut eigener Aussage an die Grenze dessen gegangen, was mit einem Frontantrieb machbar ist. Die Seat Leon Cupra Baureihe ist nun vollständig. Und zwar, es gibt nun den 280er, es gibt den 260er und es gibt das Fahrzeug eben als Limousine, als Fünftürer bzw. Dreitürer und es gibt das Fahrzeug eben als ST, das ist der Kombi. Und dieses Fahrzeug sucht in seiner Klasse seinesgleichen, denn immerhin hat dieses Auto eine Traktion auf der Vorderachse, die wir von vielen anderen Konkurrenten nicht kennen. Das Fahrzeug geht sehr, sehr gut durch die Kurven. Es ist ein echter Sportler und das auch zu einem sehr, sehr konkurrenzlosen Preis. Und noch eines sei gesagt, Seat hat vor einigen Wochen mit diesem Fahrzeug eine Zeit von 7 Minuten 58 Sekunden auf der Nordschleife des Nürburgring geschafft. Das mag sich für den Laien nicht besonders viel anhören, aber gerade einmal vor acht Jahren im Jahr 2007 hat Porsche mit dem 911 GT3 7 Minuten 54 geschafft. Das sind vier Sekunden schneller und das vor acht Jahren. Das relativiert die Zeit enorm. Also Seat ist ein sehr, sehr großer Wurf gelungen mit der Leon Baureihe ohnehin und mit den Cupra Modellen sowieso. Ein wirklich tolles Fahrzeug. Ja, zunächst mal war es für uns sehr wichtig. Wir wollten wirklich ein sportliches Auto machen, aber auch ein alltagstaugliches Auto. Das heißt, der neue Leon Cupra ist viel verbindlicher geworden über das dynamische Fahrwerk, über DCC, Dynamic Chassis Control. Kann ich auch sehr komfortabel, was bisher nicht ging, lange Strecken fahren. Aber ich kann, wenn ich das Auto auf Cupra stelle, eben auch richtig sportlich fahren. So, und wie kann man Sportlichkeit besser dokumentieren, als über der Zeit auf der letztendlich anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt auf der Nordschleife? Ja, und haben uns als Ziel gesetzt, dass wir da auch ganz vorne sein wollen. Wir sind damals gefahren, die ersten Runden waren wir schon sehr schnell, waren wir dicht an den acht Minuten dran. Und dann über das Performance Pack, was ich ja vor allen Dingen über die anderen Reifen, über die Sportreifen, über die Bremsanlage, die Brembo-Bremse, die dann, ich sag mal auch gerade die Reibwerte der Reifen noch besser ausnutzen kann, kamen wir deutlich unter die acht Minuten. Ganz wichtig dabei ist aber, das Auto ist dabei einfach und schön zu fahren, sehr schön linear lenkt es ein. Es lässt sich wunderschön balancieren und bringt aber richtig Freude. Und ja, wir freuen uns da sehr drüber und war ein Stück Arbeit, aber Arbeit, die auch sehr viel Spaß gemacht hat. Wie kein anderes Modell bei uns in der Palette verkörpert der Cupra tatsächlich, wofür Seat steht. Das ist Sportlichkeit, Dynamik, Jugendlichkeit, Design, aber eben auch die deutschen Referenzen, nämlich Qualität, Effizienz. Bei uns kommt immer noch ein wichtiger Faktor dazu, das ist die Zugänglichkeit, Erreichbarkeit. Unsere Fahrzeuge sind eben auch nicht nur anzusehen, sondern auch erwerbbar. Und wir verbinden sozusagen deutsche Ingenieurskunst, Zuverlässigkeit, Qualität mit eben spanischer Leidenschaft und Temperament, was sich bei unseren Autos vor allen Dingen auch im Design widerspiegelt. Und das zeigt sich auch in den neuesten Studien. Wir haben gerade IACS, die wichtigste Service-Studie, zurückbekommen, wo wir sehen, wir sind die Marke, die von Platz 18 auf Platz 4 gestiegen ist, mit dem größten Sprung an der Einzelmarke. Wir haben in den letzten Jahren tatsächlich Marktanteil verdoppelt, von etwa 1,5, 1,6 Prozent auf nun 3 Prozent Marktanteil, heißt aber auch Volumen verdoppelt. Im letzten Jahr haben wir 93.000 Zulassungen gehabt, das heißt, wir gehen stramm auf die 100.000 zu. Auf der Rennstrecke macht er eine wirklich gute Figur. In seiner Klasse muss er sich nicht verstecken, denn die Leistung spricht für sich. Lediglich der Konzernbruder Golf R hat mit 300 PS noch mehr Leistung. Das Fahrdynamik-System ist in allen Modellvarianten zweistufig abschaltbar. In der Cupra-Stellung ist es noch aktiv und hilft noch etwas mehr als komplett abgeschaltet. Der im Herbst 2012 vorgestellte Seat Leon der aktuellen Generation ist schon jetzt ein Bestseller. Das moderne, aber nicht überzogene Design kommt bei den Kunden in Europa an. Offensichtlich ist ein zeitloses Design, gepaart mit einer hohen Fertigungsqualität, der Weg, den Seat gehen muss, um weiterhin in der Erfolgsspur zu fahren. Die Sportsitze im dunkelgrauen Alcantara mit weißen Nähten sind nur den Sportmodellen vorbehalten. Das Sportlenkrad mit unten abgeflachtem Lederkranz ist griffig. Den Cupra gibt es als Fünftürer, als Dreitürer mit 45 mm verkürztem Radstand und als Kombi namens ST. Seat hat also einen neutral agierenden Sportwagen hinbekommen, der wirklich leicht zu beherrschen ist. Hier hilft natürlich die serienmäßige Fahrwerksregelung DCC und die 25 mm tiefere Standhöhe des Cupra sowie die gut dosierbaren 17 Zoll Bremsen. Dies alles ist im Seat Leon Cupra genauso serienmäßig wie die Voll-LED-Scheinwerfer, der Tempomat, die Klimaanlage und das Infotainment-System Seat Media System Plus, bei dem allerdings noch kein Navi dabei ist. Das 280 PS Fahrzeug mit DSG sprintet in 5,7 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Der Handschalter braucht eine Zehntelsekunde mehr und bei der 265 PS Variante ist man auch jeweils eine Zehntelsekunde länger unterwegs. Beide Motoren bringen einen Drehmoment von 350 Newtonmeter auf die Vorderachse. Damit ist der Wagen mehr als wendig und in dieser Klasse ein wirkliches Topmodell. Auch wenn der Bereich der Supersportler noch weit entfernt ist, deutlich weniger Freude und Spaß am Fahren kann man mit den Cupra-Modellen auch nicht haben. Vom Start weg wird der Leon Cupra als Fünftürer und als Dreitürer SC, was für Sportcoupé steht, angeboten. Die Preise beginnen für den Dreitürer bei 30.810 Euro und bei 31.310 Euro für den Fünftürer. Auf Wiedersehen!